Maria, du bist ein Schätzle. Machst du mir noch ein Pinaculada? Kannst du das nicht selber machen? Nein, da muss ich ja aufstehen. Gottfried, du bist ein Schätzle. Machst du mir ein Sex on the Beach? Wenn die so weitermacht, versendt die sie persönlich mit der Paketbusch nach Goa. In dem Alter, das tut nichts. Das hält jung. Das macht ein bisschen frisch. Man muss immer neugierig sein, auch im Alter noch, was es so alles gibt. Bei allem mitmachen. Das ist mein Alter. Das ist der kleine Probentheo. Mit dem kann man im Grunde alles machen. Das muss extrem. Der geht gar nicht mehr von meiner Backe weg. Ein Franke ruft bei der Sex Hotline an, von der Telefonzelle aus. Und dann sagt sie so, jetzt komm, sag mal, worauf stehst du denn so? Und er sagte dann, ich glaube, das ist so eine Betonplatte. Betonplatten. Ich hab gedacht, da kommt noch mehr. Das sind Z-Witze. Z-Witze. Z-Witze sind immer kurz. So, dann lass uns mal bitte hier Position machen. Ich brauch bitte die vier Jungs hier vorne. Schirmhalter. Die Zehnchenlauten hab ich auch. Jungs? No, ich mach das fast. Ok, nein. Vielen Dank.